Leute, was geht bei euch? Heute ist so ein Tag, an dem ich irgendwie Lust auf Shotgun habe. Den gibt es irgendwie so einmal im Monat oder alle zwei Monate und dementsprechend habe ich mir die Drilling eingepackt. Für alle, die sich fragen, was da für Spezialisierung drauf sind, das sind die hier. Leute, ab geht's. Lasst uns ein bisschen Shotgun spielen. Moment. Jetzt kann es losgehen. Okay, direkt durchrennen. Man kennt es. Oh Gott. Granate. Eins. Und da ist der Nächste. Oben scheint keiner zu sein. Gut, dann gehe ich hier direkt runter. Eins, zwei. Kurz nachschieben. Ich bin halt sehr limitiert hier. Zwei. Vier. Okay. Kurz nachschieben. Das ist der Nächste. Da kommen auch welche rein. Muss ich aufpassen hinter mir. Kurz ein. Raus hier. Noch einer? Okay. Puh. Zum Glück ist hier keiner. Ich laufe noch mal eine Ehrenrunde. LOL. Das war ein One-Shot. Was geht, Leute, im Chat? Tut mir leid. Ich muss Shotgun spielen. Wuhu. Dann komme ich von hier. Und rein hier. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen zu viel. Komm. Nachladen. Perfekt. Sieht noch nicht so schön aus. Oh. Den habe ich gesehen. Guter Start bis jetzt. Durch, durch, durch. Oh, das ist gefährlich. Ach. Da machst du halt nix. Fein getroffen. 95. Ist zu weit die Distanz. Ich sage es halt immer wieder. Auch wenn die Drilling eine Shotgun ist. Es ist eine der wenigen Skill-Waffen im Battlefield V. Wenn man daneben haut. Wenn der Gegner zwei Meter zu weit weg ist, ist man halt down. Man muss wirklich die ganze Zeit darauf spielen, dass man die Gegner die ganze Zeit in den richtigen Abständen, auf den richtigen Entfernungen antrifft. Und wenn mal einer weiter weg ist, dann halt der Skill Slug-Shots. Ich weiß, das ist kein Slug. Ich push mal zu D. Oh. Belastender Spawn. Okay. Da hinten ist keiner. Ich laufe jetzt hier rein zu C von hinten. Ich laufe von hier. Weil hier kämpfen noch auch immer gern welche. Puh. Ah, da. Du bist an einem vorbeigelaufen. Der Mate. Hier scheint halt einfach gar keiner zu kommen. Der Anfang war so Action gelangen und jetzt kommt hier wieder keiner mehr. Da ist noch einer. Ja. Hat er den? Puh. Okay. Warum feiere ich diesen Shot? Ich weiß es nicht. Okay. Ich bin immer noch nicht gestorben, ne? Dass der kein One-Shot war. Eins. Oh, da sind richtig viele. Zwei. Komme ich von hinten vielleicht rein? Da sind mitten rein mit zwei Schuss zu gehen, ist halt ein bisschen... Nicht ganz so... Oh mein Gott. Und der Panzer. Warte mal. Panzer geht down. Okay. Da komme ich jetzt hier von der Seite rein. Oh nee. Das ist jetzt gerade nicht gut. Hallo? Oh. Komm. 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 Komm ich. Jetzt aber. Warum war das kein One-Shot? Ich zieh rein. Hallo? Oh. Und dann kommt von hinten ein. Aber ich glaube, ich bin jetzt endlich gestorben und kann endlich das... Okay. Schnell durchdrücken. Ich will jetzt nicht gerätzt werden. Ich will jetzt endlich... Auch wenn die Minen gerade gute Dienste geleistet haben, ich will jetzt endlich die Granatpistole hier mitnehmen, damit ich das da... Diese Fortification oben bei der Kirche da kaputt machen kann, damit ich da reinflankieren kann. So. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Zack. Und hier ist keiner. Ja, moin. Jetzt ist hier einer. Okay. Und jetzt kann ich da gleich... Komm. Nachschimpfrügel. Eins. Nein. Headshot. Okay. Er kommt nicht. Okay. Ich muss diesen Einschuss immer nachladen. Wenn möglich. Huh. Okay. Hier kommt einer. Hier steht einer vor. Perfekt. Ja, war eine schöne Runde, sage ich mal. Wobei... Es... Ja, es stehen halt 70 Kills so da. Aber eigentlich war nur der Anfang nice. So danach war alles so übel verzögert. Sehr viel rumgelaufen. So, was läuft hier? Arras. Ab geht's. Krankes Arras. Oh, was macht er denn da? Huh. 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 An wie Sebag. Ach komm. Gib mir einen Huh. Huh. Was, Alter? Den hab ich gar nicht gesehen, ne? Okay, den hol ich mir. Der liegt ja bestimmt immer noch. Komm, lass mich spawnen. Ne, der ist es nicht, oder? War's der? Ne, der muss da liegen, oder? Ne, ich seh nix. Dann halt den noch. Da kommt noch einer. Okay. Huh. Huh. Oh. Huh. Ich hab versucht, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. In die Huhs. Ich hoffe, man hat's gemerkt. Wobei ich auch überlege, mal eine andere Shotgun einzupacken. Aber das Problem mit den anderen Shotguns ist, dass ich mich dann schlecht fühle, wenn ich die spiele. Weil das sind halt richtige Shotguns. Die Drilling ist halt die Drilling. Das erste, was wir machen ist, die Leute wegholen. Die hier sind. Und dann geh ich hier drüben rein. Die laufen gerade über die Brücke. Aua. Wie kann hier schon jemand gewesen sein? Ist hier jemand hochgelaufen? Ne. Aber einfach eine AP-Mine. So komplett random. So, und jetzt hier rein und die Leute... Uh. Holen die hier sind. Okay. Oh mein Gott. Was? Hä? Da ist er da. Ist noch einer? Kurz nachschieben. Okay, hier ist gerade keiner. Ja, Shotgun. In den Zügen hier. Da kommt einer. Was? Feind getroffen. Zwölf. Okay. Ich hoffe, hier war nur einer. Okay. Loll. Für eine Sekunde dachte ich, ich hätte den hinteren auch geholt. Aber da ist dann oder aus. Der ist down. Da unten ist keiner mehr. Gut, dann kann ich wieder hoch auf die Brücke gehen. Eins. Zwei. Kurz nachschieben und dann rein da. Jetzt gucke ich da aber auch in die Ecke, ne? Hier links kommen welche. Da ist noch einer drin hier irgendwo. Perfekt. Huh. Hier kommt einer hoch. Jetzt soll ich den. Kurz hier reingucken. Jetzt kommen sie hier wieder. Oh, der hat mir noch gut einen mitgegeben. Okay, die kommen jetzt hier. Hier auch. Okay, ich gehe mal einen Gang weiter zurück. Das wird hier nämlich gleich ein bisschen voll. Aufgepasst. Oh, er spielt auch Drilling. Habe ich so wieder an angesteckt, hä? Oh, warum ist er nicht down? Das war ein Headshot. Komm, lad schnell nach, da kommen welche. Der einmal. Da kommt was. Okay, jetzt wieder hier die Seite. Der liegt da. Das kommt wieder von hinten einer. Gib mir mal Muni. Einmal der. Einmal der. Einmal der. Schnell wieder zurück. Drilling perfekt ausgekostet. Okay, was mache ich da jetzt? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich mache den hier. Der kommt von hier. Aber vorher lade ich noch einmal nach. Von hier bin ich nämlich näher dran. Hinter hier auch noch. Da hinten halt. Aus irgendeinem Grund kommen die hier nicht mehr. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Oh, komm. Jetzt spielt. Der halbe Server spielt plötzlich Drilling, ne? Das ist so. Das ist so nice. Oh, das waren zwei. Hätte ich die zweite Kugel gar nicht verschließen müssen. Die beiden. Schöner Flick. So, und jetzt ist hier einfach absolut gar nichts mehr los. Ja, ich würde sagen, es waren ein paar schöne Runden. Auberung, weil leider nur am Anfang Action ist, aber meistens so. TDM hat das Ganze nochmal ein bisschen ausgeglichen. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, falls ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet. Lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Video auch noch einen dicken Daumen nach oben ein Like geben. Auch vielen Dank dafür und tschüss.